Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Shakes and Fidget Video. Lange ist es her und ja, es wird wahrscheinlich auch ein eher kurzes Video. Aber mal ein kurzes Update geben. Wir sind jetzt schon über zwei Monate im neuen Jahr und ja, was geht so ab? Au, 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 au. Ausbauen? Ne, Edelsteinsuchen. Ah, okay. In einer Stunde ist es fertig. Okay, das verwirrt mich manchmal so sehr. Ja, was geht eigentlich so ab momentan? Wie sieht es so aus? Unsere Jahresziele und so weiter und so fort. Mal ein kurzes Update geben auf den neuen Server, wie es so läuft. Und einfach mal so ein kurzer Check-Up, wie früher mal das Wochen-Check-Up in den Good Old Days. Ja, jedenfalls, wir haben uns langsam, sage ich mal, eingelebt auf dem neuen Server. Also so langsam haben sich auch die Ränge wieder so ein bisschen etabliert hier mit Ehre und Pipapo. Und ja, ich bin momentan Rang 166 von ehemals 13-14 auf S20. Also ich habe über 150 Ränge im Endeffekt verloren oder ungefähr 150 Ränge. Und ich muss sagen, die Konkurrenz ist krasser, als ich erwartet hatte. Also ich habe mich damals ja schon gewundert, dass sie so viele Server jeweils merchen. Also ich hatte, also als ich zum allerersten Mal davon gehört hatte, dass sie wirklich merchen, dachte ich persönlich, sie würden vielleicht, keine Ahnung, fünf Server höchstens nehmen. Ich habe jetzt vergessen, wie viele es insgesamt waren. Ehrlich gesagt, spielt auch keine Rolle. Es ist auf jeden Fall eine ganz schöne Menge gewesen. Zu viel könnte man vielleicht sogar fast sagen. Aber andererseits muss man halt bedenken, naja gut, die wollten jetzt halt nicht einmal merchen und dann fünf Monate später wieder merchen und dann wieder. Sondern die haben jetzt so viel gemercht, dass die Server eigentlich jetzt wieder für ein paar Jahre lang, naja, keine Probleme in der Richtung haben sollten, was Aktivität und Spieler und was auch immer angeht und Konkurrenz auch und was auch immer. Also denke mal, das war schon die richtige Entscheidung. Hat aber auch darin resultiert, wie gesagt, dass es jetzt hier sehr viel Konkurrenz gibt. Und was mich am meisten stört, ist tatsächlich eigentlich folgendes, wobei das auch einen anderen Hintergrund hat. Und zwar die zehn täglichen Arena-Kämpfe für Erfahrungen, bei denen struggle ich heftig. Und das liegt natürlich einerseits daran, dass die Konkurrenz einfach gestiegen ist. Es gibt jetzt nicht mehr so ultra viele inaktive, leichte Ziele wie früher. Weil früher hat er die, gefühlt die halbe Top 50 hat ja aus Leichen bestanden. Charakter, die gar nicht mehr gespielt werden, keine Tränke, pipapo. Und jetzt ist es halt so, ja, hier ab und zu hast du schon noch welche, die so zwischendrin sind. Wobei der hat actually einfach noch keine Geld, der hat sogar Tränke. Hier sowas zum Beispiel, so eine Char-Leiche. Also keine Ahnung, ob der einfach nicht mehr spielt, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Jedenfalls manchmal hast du sowas schon. Manchmal hast du geschenkte Siege oder so, ja. Aber es ist extrem selten. Also ehrlich gesagt, die meisten Kämpfe sind richtig hart erkämpft. Ja gut, das ist jetzt natürlich wieder das klassische Vorführeffekt, ne. Das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein, genau. Und dann haben wir den gleichen Gegner nochmal. Klassischer Vorführeffekt, ja. Normalerweise habe ich hier Gegner mit 500.000 Geschick und sonst was drinnen, die mich komplett aus dem Leben nehmen. Und teilweise sind sogar Leute wie hier jetzt, also ohne jetzt jemanden disrespecten zu wollen, aber die auf den ersten Blick mehr als nur machbar aussehen, sag ich mal, hauen mich trotzdem weg. Und das liegt halt vor allem daran, dass meine Epics noch veraltet sind. Also ich kann mittlerweile den höchsten Runenbonus bekommen, endlich. Es hat Ewigkeiten gedauert, literally ein Jahr, seitdem ich das erste Mal in den Arena Manager tatsächlich Pilze investiert habe. Hat es jetzt ein Jahr gedauert, die höchsten Boni freizuschalten, wie jetzt hier zum Beispiel bei dieser Waffe. Mein Problem ist halt, ja ich habe jetzt hier halt über Legendaries logischerweise, Legendary Epics. Und das heißt, wenn ich jetzt ein normales Epic habe, das zwar an für sich bessere Werte geben würde, ja, aber die sind halt von den Attributen teilweise nicht so gut, beziehungsweise habe ich halt meine Legendaries auch 20 Mal verbessert und so. Äh, ist halt irgendwie ein bisschen blöd jetzt die Situation. Also ich werde wahrscheinlich erst beim nächsten Legendary Dungeon hier wirklich meine Ausrüstung etwas aktualisieren können. Ich hoffe dann auf drei Legendaries auf jeden Fall, die hoffentlich auch gute Rüst, äh, die hoffentlich gute Werte einfach so bekommen. Ähm, und selbst mit Epics ist es gar nicht mal so einfach. Also jetzt zum Beispiel ist es auch ziemlich ärgerlich, Eisschaden 58. Ja, 58 ist halt nicht 60, ne? Und, ja, einfach total nervig. Und das fehlt mir auf jeden Fall. Also ich habe hier zum Beispiel gerade Feuerschaden 32 drin, ich habe überhaupt keinen Widerstand, ich habe 10 Mal Lebensenergie oder so, weil ich da bisher eigentlich auch nie wirklich drauf geachtet habe, weil es einfach egal war. Und jetzt, wo ich endlich drauf achten könnte, wie gesagt, fehlen mir einerseits erstmal die Werte generell, die Epics generell. Und dann, wie gesagt, es sind auch von den Attributen her alles ein bisschen vereitet. Also ich brauche im Endeffekt Legendary Dungeons, müsste jetzt ja hoffentlich auch bei deiner Komm zu Ostern oder so vielleicht, keine Ahnung. Bin da nicht so up to date, ehrlich gesagt. Aber was mich auch triggert, und das hat auch schon jemand von euch mal kommentiert, ist, dass selbst wenn du den Arena Manager komplett fertig hättest, also habe ich jetzt nicht, aber ich habe zumindest den Schwellwert erreicht, wo man die höchsten Werte bekommt, ist halt sowas, dass du halt nicht immer den höchsten Wert bekommst. Das heißt, nicht jede Epic Waffe, die du bekommst, hat automatisch 60 Schaden. Es kann sein, dass sie nur 58 hat und so. Und das, finde ich, ist schon geistesgestört, wenn man überlegt, wie unfassbar schwierig, zeitaufwendig, geldtechnisch der Arena Manager ist, dass es dann nicht mal so ist, dass jedes Epic automatisch den höchsten Wert rollt, Werte random von Mios, aber dass der Wert an sich nicht der höchste ist, obwohl du quasi fertig bist, mehr oder weniger. Das ist so ein Witz. Also ganz ehrlich, das ist richtig mies. Also das sollten sie wirklich dringend entfernen. Ich meine, ich bin wahrscheinlich ein paar Jahre zu spät dran mit dieser Forderung, keine Frage. Aber das finde ich richtig erbärmlich, dass man den Leuten so noch probiert, nochmal extra viel Kohle aus der Tasche zu ziehen. Das Traurige ist die meisten Zahlenzeit auch. Ich ehrlich gesagt, ich gebe keinen einzigen Pilz dafür aus, wenn hier jetzt keine 60 drauf sind, nur dann fliegst du halt in die Toilette. Mir ist das Wurst. Muss mal kurz gucken, aber ja, passt. Ja, ist ja dann einfach scheiße gelaufen. Aber es ist halt einfach lächerlich, dass man so von dem Spiel im Endeffekt an der Nase herumgeführt wird, muss ich persönlich sagen. Und bin auf jeden Fall absolut kein Fan davon. Also das ist schon wirklich mies, dass du dir ewig lang die Mühe machst, die Zeit aufwendest, die Pilze aufwendest. Und dann hast du nicht mal eine Garantie auf die höchsten Werte. Und jetzt, wie gesagt, jetzt geht es mir halt so, okay, ich kann jetzt die höchsten Werte bekommen, aber jetzt habe ich einerseits das Problem mit den Legendary Epics und so. Upgrades, richtige Runenwerte plus höchste Runenwerte und lauter so ein Käse. Und im Endeffekt steht ganz groß Überschrift oben drüber, es kostet alles. Du kannst alles machen, es kostet einfach nur Pilze. Ja, bin ich halt nicht bereit dafür auszugeben, weil es kostet echt viel, alle Runen, alle Epics immer zu tauschen und so. Das bin ich einfach nicht bereit zu zahlen, das ist mir viel zu teuer. Und entsprechend werde ich das halt auch nicht tun. Aber dann ist man halt auf RNG, wie gesagt, angewiesen. Und das kann halt dann ewig dauern, bis du mal die richtigen Werte auf dem richtigen Item hast und so. Und das ist, wie gesagt, echt richtig dreckig. Also finde ich schade, dass die Shakespeare-Community das einfach anscheinend akzeptiert. Also ich denke mal, wenn es da einen gigantischen Boykott-Aufruf geben würde, samt aller Content-Creator und so, kann ich mir schon vorstellen, dass sie bereit wären, da den Spielern entgegenzukommen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie das ignorieren könnten, ehrlich gesagt. Vielleicht auch schon, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin leider nicht so tief in der Materie drinnen, wie es wahrscheinlich sein müsste, um fachkundig darüber zu reden. Aber mich nervt das einfach total. Und wie gesagt, allein das mit der Waffe ist, das ist halt momentan nervig gut zugegeben. Die Waffe könnte ich jetzt einfach updaten. Aber ob mir das wirklich so viel mehr Siege einbringen würde in der Arena, weiß ich ehrlich gesagt nicht mal. Ich denke mal, es ist auch so ein bisschen einfach Bad Luck, dass man mancher Kämpfe verliert, die man eigentlich easy hätte gewinnen können. Manchmal, wenn man sich die Replays anguckt, sieht man einfach, okay, der Gegner hat nicht zuerst angegriffen. Aber der erste Schlag vom Gegner hat dir direkt einem Jahr der Leben abgezogen, was ein super Mega-Crit war. Und dann hast du halt einfach verloren, wenn er dich nochmal trifft oder so. Ist halt einfach so. Aber ja, wie gesagt, ist einfach momentan ein bisschen schwierig. Diese 10 Arena-Kämpfe, lange Rede, kurzer Sinn, by the way. Es ging eigentlich um diese 10 Arena-Kämpfe. Jeden Tag für Erfahrung. Für mich momentan einfach ultra schwierig, die zu bekommen. Teilweise brauche ich 20 Kämpfe oder so, um die 10 zu kriegen. Ist schon ziemlich nervig. Und das, wie gesagt, führt mal zurück auf diese Competitiveness auf dem neuen Server, dass halt einfach so viel los ist. Ist wie gesagt auch echt geil eigentlich irgendwie, dass halt so viel los ist, dass so aktiv ist. Aber dann wünscht man sich auch so ein bisschen dieses, naja, ich mache 10 Arena-Kämpfe jeden Tag und gewinne eigentlich jeden, außer ich habe Pech und habe die Top 3 im Endeffekt drin. Dann keine Chance. Aber in der Regel hast du immer einen dabei, den du easy besiegen kannst. Du kennst die Leute, du weißt genau, gegen wen du normalerweise immer gewinnst, gegen wen du normalerweise immer verlierst und so. Das alles fehlt jetzt halt so ein bisschen, klar. Aber ist schon auch irgendwie cool, muss man sagen, dass sie das wirklich gemacht haben mit den ganzen Server-Merches. Was es halt, aber das muss man auch dazu sagen, liegt halt auch wieder so ein bisschen daran, ne. Was es halt nicht gemacht hat, ist, es hat uns nicht dabei geholfen, irgendwie mehr Content oder so in das Game zu bringen. Ich meine, jetzt diese Anfangszeit von den neuen Server war jetzt echt spannend, aber jetzt muss ich es langsam alles so ein bisschen gelegt hat. Also die Leute haben ihre Ränge, sage ich mal, irgendwo. Wobei gut, hier oben tatsächlich muss man sagen, es ist noch extrem competitive, tatsächlich sehe ich gerade. Das ist tatsächlich schon auch sehr eng beieinander. Aber ja, es hat sich jetzt trotzdem so langsam ein bisschen gefestigt, auch bei den Gilden vor allem, sage ich mal. Und, ähm, oder wird sich noch festigen die nächste Zeit. Und da wird sich jetzt einfach nicht mehr so viel verändern. Und wenn das alles mal so, wenn sich der Staube ein bisschen gelegt hat und so, und es ist auch nicht mehr täglich Leute, die Gäde weg sind, dann, äh, ja, dann sind wir im Endeffekt am gleichen Punkt wie davor. Es ist im Endeffekt ein Langzeitspiel, wo du einfach nur jeden Tag deine Quests machst, deine Skate-Punkte verteilst. Und that's basically it. Weil mehr Content gibt's halt im Endgame leider nicht von Shakes und Fidget. Und, ja, das wird jetzt halt, oder ist jetzt eigentlich schon wieder eingetreten. Das heißt, die monotone, das monotone Warten auf bessere Attribute und Events, das geht weiter. Und, ja, was meine Werte angeht noch kurz. Also, wir haben jetzt hier die 200.000 Geschick geknackt neulich. Haben jetzt 1,1 Mehrerleben. Ziel für das Jahr 2024 ist 2 Mehrerleben. Und wir sind gerade bei 284.000 Geschick. Und Ziel für dieses Jahr ist 350.000 Geschick. Also, das sind so die Ziele für dieses Jahr. 2 Monate sind vorbei, 10 noch to go. Ich sag mal so, die 2 Mehrerleben erreicht man deutlich schneller, glaube ich. Zumindest meine Erfahrung mit Ausdauer. Staten war mal ein bisschen besser. Wir können's ja gleich mal ausprobieren hier. Und zwar... Ich hab zwar nicht viel in der Adventuromatik, oder wie die heißt. Oh, sie heißt tatsächlich so. Nice. Ja, nur 249 Millionen Gold waren da jetzt drin. Aber wir können's ja mal gucken. Hier so... Was sind das? 24 Skillpunkte? Vielleicht können wir noch ein 25. rauskitzeln. Ja. 25 Skillpunkte. Ähm, 1... Also, 1,1,4 merken wir uns mal. Okay. Also, eine Million sollten's schon sein, auf jeden Fall. 2 Millionen vielleicht. Okay, jetzt hat sie noch angepasst. Well, never mind. Es war weniger, als ich gedacht hatte. 300.000 waren's, glaube ich, oder? 300.000 Leben tatsächlich, nur. Hatte ich irgendwie krass in Erinnerung, muss ich sagen. Aber da war ich halt noch unter einem Jahr der Leben, muss ich dazu sagen. Ähm, ja gut. Aber trotzdem, ich denke mal, insgesamt ist es, äh, ja, auf jeden Fall machbar für dieses Jahr. Mal gucken. Man muss ja auch wirklich sagen, momentan, oder was heißt momentan, aber sie haben ja wirklich die Events mittlerweile richtig krass ausgebaut. Es gibt so viele Events mittlerweile und so oft fünffache Events und so und Specials und was auch immer. Also, es wird ja eigentlich immer leichter, kann man fast sagen, diese Scale-Punkte zu erreichen, als schwerer. Und, äh, gut, was jetzt wahrscheinlich keine so große Rolle spielt noch, ist mein Level. Ähm, Stadtwache schon ewig nicht mehr. Aber ich hab tatsächlich manchmal noch echt schlechte Quests, die nicht so viel Geld geben. Also, im schlimmsten Fall wirklich mal eine Quest mit 6 Millionen oder so. Das sollte halt auch noch mit einem höheren Level immer besser werden. Aber gut, das wird jetzt wahrscheinlich auch langfristig, ähm, keine so große Rolle mehr spielen. Weil ich mein, wenn du eine richtig schlechte Quest hast, dann wird die auch, wenn du 750 wahrscheinlich bist, immer noch nur 8 Millionen geben. Weil es halt einfach eine schlechte Quest ist, da kann man wahrscheinlich auch nicht mehr so viel tatsächlich dran ändern. Aber egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der Hype von den Server-Merches, denke ich mal, hat sich so ein bisschen gelegt. Schwierig, konkurrenzlastig, vor allem bei den 10 Arena-Kämpfen. Und wir arbeiten fleißig weiter an den Attributen. Wenn es demnächst dann ein Legendary Dungeon kommen sollte, vielleicht weiß ja jemand schon von euch mehr. Keine Ahnung, aber ich denke mal, so genaue Daten wird es auf jeden Fall noch nicht geben. Ähm, vielleicht gegen Ostern rum, spätestens in einem Monat halt. Ähm, ja, dann werde ich davon wahrscheinlich nochmal ein, zwei Videos machen. Weil ich bei den Legendary Dungeons halt so schlechte Erfahrungen gemacht habe. Teilweise, das tut richtig weh. Also ich hatte mal einen wirklich extrem geilen Run, das war leider mit meinem Krieger, der mir eigentlich wirklich nicht mehr viel bedeutet. Äh, den ich einfach nur so nebenbei spiele. Über den habe ich jetzt auch noch gar nichts gesagt und werde ich auch nicht, weil ich habe sämtliches Interesse an dem Chart eigentlich verloren, muss ich leider sagen. Ich habe ihn jetzt noch so lange weitergespielt und damals so viel Zeit in Geld investiert, dass ich ihn jetzt auch nicht komplett sterben lassen will. Aber er ist mir einfach vollkommen egal, muss ich sagen. Also, also das heißt vollkommen egal eben nicht. Aber Gameplay technisch, weil es kostet einfach Zeit, zwei Charakter richtig zu spielen. Jeden Tag hier alles bei den Missionen zu machen. Ähm, vor allem wenn man 100 Alu spielt, sowieso deutlich schwieriger, das hier jeden Tag zu machen. Und so weiter. Das ist mir einfach zu viel Aufwand. Und deswegen läuft er jetzt wirklich so ganz sporadisch nebenbei. Und wenn ich mal gar keine Zeit habe, dann mache ich gar nichts bei ihm. Oder halt wirklich sehr wenig. Und das ist er dann einfach so Pech gehabt. Aber ich fokussiere mich auf den einen Char. Der nervt mich teilweise schon extrem. Da kann ich ihn noch einen zweiten gebrauchen. Genau. Und ja, das war eigentlich alles, was ich euch so mitteilen wollte. Kurzes Shakes & Fidget Update. Oder, naja, so kurz dann auch wieder nicht. Ich sage auf jeden Fall, danke euch für mich fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Shakes & Fidget Videos von mir sehen wollt, dann auf jeden Fall diesen Kanal. Abonnieren, weil die kommen jetzt immer nur noch auf diesem Kanal hier. Was jetzt im Endeffekt mein Zweitkanal ist, für alles, was nicht auf den Mainkanal passt. Und ja, danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein. Und schaut auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Ciao, ciao.